Hallo, ich bin Holger Gehlhausen und ich möchte euch heute mitnehmen, wie man automatisch Learn- oder Mediasets erstellt. Was heißt das? Wenn wir eine PowerPoint erstellen möchten für ein Schulungskonzept, dann möchten wir natürlich nicht so viel Zeit damit verbringen, sondern wie können wir das für 10 PowerPoints, für 20 PowerPoints, für hunderte von PowerPoints machen? Und reicht denn die PowerPoint überhaupt? Ist das das, was wir heute eigentlich schon brauchen in dieser neuen Welt? Oder wäre es interessant, wenn wir auch Learn-Sets entwickeln? Und was sind Learn-Set in meinem Punkt? In meinem Verständnis ist ein Learn-Set, PowerPoint, ein Video zu dem Thema, Text zum Nachlesen, das ich als Blog habe, ein Audiobook dazu oder wo man sagt, man ist unterwegs, man möchte sich den Inhalt ja noch gar nicht mal vorlesen lassen. Anki-Cards, wo man dann sagen kann, was sind denn die 30 wichtigsten Fragen? Lückentexte, vielleicht auch, dass ich direkt aktiv was in einem Miro-Board machen möchte. Also zum Beispiel Sortieraufgaben sind ganz gut für zum Lernen, Effects dazu und Poster. Und das Ganze sehe ich so als Learn-Set. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir war es halt so, ich habe die PowerPoint gemacht und der Rest sollte doch automatisch gehen. Okay, das zeige ich euch heute und wie man Mediasets entwickelt, das ist leider nicht mehr so schwer, da gehe ich heute auch drauf ein. Ja, warum dieses Video, warum der Blog? Also ich möchte einen Überblick euch geben, was ist denn möglich? Wo wird die Reise hingehen? Und das natürlich auch anreichern zu einer eigenen Ideenentwicklung und auch eine Diskussion und Austausch. Sprecht mit mir, habt ihr Ideen, lasst uns da zusammen auf dem Weg austauschen, neue Ideen entwickeln. Und es ist kein perfektes Tutorial zum Nachbauen, sondern es ist ein Überblick, was alles schon geht, wo ich gerade daran arbeite. Aber wenn man sich da neu mit beschäftigt, da passiert sehr, sehr viel. Ich habe vier Punkte. Gucken wir erst nochmal die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen an, was da überhaupt schon möglich ist, gerade auch von den Large Language Modellen. Letzte Woche hatte ich vom Audio-Pen ins System die Workflows, gerade um Social Media schon mal gezeigt. Hier gehe ich nochmal ganz kurz rein, die vielleicht letzte Woche das Video nicht erstellt haben. Und dann geht es in die automatische Content-Erstellung. Wie erstelle ich 25 Blogposts? Wie erstelle ich vielleicht aufgrund eines Outlines ein Schulungskonzept? Und wie geht es dann nachher in Teil 4 in die automatische Learn-Set-Erstellung? Also, wenn wir uns die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen schon mal angucken, dann, wenn man noch nicht tiefer reingeschaut hat, einfach mal ein bisschen Chat-GPT hat, da wird man sehr überrascht sein, was da alles schon geht. Um mal kurz ein paar Thesen in den Raum zu werfen. Also da ist ja auch immer die Diskussion, Chat-GPT, ist das mit Google und SEO? Also, meine These ist, Google wird es gerne sehen, wenn Bad genutzt wird, um KI-Content zu erstellen. Auch das ganze Thema SEO wird automatisiert, da zeige ich gleich ein paar Beispiele, und auch Feintuning. Heute, Stand heute, würde ich immer sagen, naja, 90% der Arbeit leistet die KI und ich muss da nochmal drüber gucken. Aber das wird nicht mal lange so dauern, also es wird viel mehr noch in den nächsten paar Monaten passieren, dass die KI-Systeme unheimlich leistungsfähig sind. Gehen wir da mal rein. Leistungsfähigkeit der KI-Systeme. Wenn wir über Schulung, Content und Learn-Sets gehen, also vielleicht mal außerhalb der Mathematik, wo es klar ist, oder der Physik, wo es Naturgesetze sind, haben wir ganz oft natürlich was mit Theorien zu tun, mit Meinungen, und dann passt das auf das Modell von Sprachmodellen, von Reframing, Metaphern, Isotopien, als Beispiele mal hier dargestellt. Und dort gehen wir jetzt mal rein, um mal so einen kleinen Überblick zu kriegen, was bedeutet das, was kann die KI. Gehen wir mal in Reframing rein. Reframing, das ist ein Modell von DILS und der hat ein Reframing-Modell entwickelt. Wenn du einen Glaubenssatz hast, Krebs oder Ursache führt zum Tod, hast du hier nach DILS 14 die Möglichkeiten, diesen Glaubenssatz umzudefinieren. Hier ist zum Beispiel Umdefinition, Gegenbeispiel, nicht der Krebs führt zum Tod, sondern der Zusammenbruch des Immunsystems. Das wäre eine Umdefinition. Und früher habe ich für strategische Präsentationen oder Pitches immer nach Reframing-Ansätzen gesucht. Also ich habe überlegt, wie kann ich das anders darstellen, wie kann ich ein Reframing bauen, was sind denn die Glaubenssätze, die mir entgegenführen. Und dann passiert es dann schon auch mal, dass ich dann zwei Tage an einem Reframing gesucht habe. Und heute kann das die KI in fünf Minuten. Das heißt, ich habe hier meine Automatisierung gebaut, Vorschlag, Slide of Mouse. Ich habe die Glaubenssätze mir von der KI entwickeln lassen und dann habe ich mir Umdefinitionen schreiben lassen. Das heißt, eine Umdefinition, Technologie ist nicht vertrauenswürdig, Kunden haben Angst, sich auf AI-Systeme zu verlassen. Wäre in dem Kontext nicht die AI-Kompetenzzenter bedrohenden Arbeitsplätze, sondern die mangelnde Anpassungsfähigkeit und Weiterbildung der Mitarbeiter in neuen Technologien. Und das war eine Umdefinition. Und hier habe ich ganz, ganz viele andere Umdefinitionen. Das heißt, ich lasse mir auf dem Knopfdruck zu einem Glaubenssatz verschiedene Reframing-Angebote machen und das Ganze in fünf Minuten. Und hier habe ich 80 Angebote, gucke ich einfach mal drüber, was passt denn jetzt für meinen Case. Das ist ziemlich krass. Das heißt, hier seht ihr Glaubenssätze, hier Rahmen, Gegenbeispiele, der stärkste Glaubenssatz. Also ich da angefangen habe, das Mist zu testen, dann habe ich auch erst mal Halleluja gerufen, was es alles da möglich ist. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich Storytelling mache für Metaphern, Isotopien kommen wir gleich. Bei einer Metaphern-Entwicklung ist es ja ganz oft beim Storytelling, ich habe ein Ist und ein Soll. Das heißt, ich arbeite mit Metaphern. Beispiel, die vielen Zukäufe haben uns abdriften lassen. Was wir wieder brauchen, ist das Ruder fest in der Hand zu halten. Das heißt, hier habe ich die maritime Metapher genutzt und habe ein Ist. Abdriften, ich habe ein Bild genommen, Ruder fest in der Hand halten und das kann die AI automatisch machen. Das heißt, ich habe der KI gesagt, guck mal hier, wie verändert sich der Charakter bei einem Storytelling-Ansatz vor der Einführung der Idee. Gib mir doch mal eine Metapher, die vor der Einführung der Idee ist. Also Navigator ohne Karten und gib mir doch mal eine maritime Metapher danach. Und dann gehe ich jetzt hier durch und schaue, welche Metapher passt denn gerade. Jetzt habe ich das nicht nur für maritime Metaphern gemacht, ich habe das für sechs, sieben Metapherensysteme automatisch gemacht. Und die KI entwickelt mir dann automatisch ein Metapherensystem und ich gucke, was passt denn gerade hier. Und baue das dann auf. Und das ist ziemlich krass, weil diese Skalierung so schnell ist, weil ich würde gar nicht, in fünf Minuten ist der fertig und hat 30 Metapherensysteme gebaut. Da habe ich noch nicht mal, glaube ich, die Tabelle gemacht. Es geht so weiter, dass ich natürlich auch noch sagen kann, Markenführung, Beispiel hier, BMW. Die haben hier, die Dr. Inga Allen Carstens hat hier so eine Isotopie-Analyse gemacht. Das heißt, die Werte sind Freude, Dynamik, Klassen, Herausforderung, kultiviert. Und jetzt kann natürlich nicht BMW in jeder Zeile Dynamik schreiben. Also versucht man, Klassen zu haben, Dynamik. Dynamik ist hier drin, gestreckte Motorhaube, Powerdom passt in die Dynamik. Das heißt, man hat Wörter erster Ebene, zweiter oder dritter Ebene und baut dann so Sätze. Und der KI kann ich das aber auch mitgeben und kann sagen, guck mal hier, du hast bestimmte Werte. Und diese Tabelle hat die KI gesagt. Ich sage mal, guck mal, gib mir doch mal Werträume, Werteisotopien, wo du sagst, naja, Pioniergeist, was ist nah dran? Und gib mir doch mal zehn Wörter von sehr, sehr dran zu weit weg. Und jetzt könnte ich der KI natürlich sagen, bitte mal nutze diese Wörter. Im SEO-Umfeld würde man sagen, die Keywords. Und das ist auch ziemlich hart. Sprechen in Polen, das heißt, die KI kann für uns auch Sätze formulieren in Mustern, um die Audience ein bisschen besser abzuholen. Gutes Beispiel, was ich immer nutze, ich sage, okay, für ein einfaches Framing-System, Metaphern-System, nutze ich das Bild der Pioniere. Die haben Spaß an Kreativität, an Innovation, an Veränderungen, an Autonomie. Und ich habe die Siedler, Kooperation, Kommunikation, Zusammenarbeit, Vertrauen. Und ich habe die Städteplaner, Kontrolle, Prozesse, Optimierung. Und die Pioniere haben Angst, so bleibt wie es ist. Die Siedler haben Angst, ausgeschlossen zu werden, also Verlust der Gruppe. Und die Städteplaner haben Angst vom Statusverlust. Und so kann ich natürlich auch versuchen, verschiedene Leute dort einzuframen. Und jetzt kommt das Interessante, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin mit dem Städteplaner habe und dem dann erzähle, ach, ich habe eine tolle Idee dort, wie die Leute sich besser wohlfühlen und wo die besser zusammenarbeiten. Dann sagt er, spinnst du. Wenn ich aber zu dem komme in einem Frame und sage hier, ja, ich habe eine Idee, wie wir die Produktivität um 15% erhöhen können, dann hört er mir zu. Das heißt, mit wem spreche ich und welchen Eingangspol nehme ich? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich zum Beispiel den Termin hier habe bei einem Städteplaner, nicht, sondern einem Siedler, dann komme ich mit einem Argumentationsframe hier rein. Und meistens haben Menschen ein oder zwei Pole. Wenn ich sage, okay, da ist aber jetzt hier so ein bisschen hier, dann versuche ich die meisten Argumente, vielleicht, sage ich mal, sieben von zehn oder acht von zehn, in diesem Frame zu bauen. Oder vielleicht mal ein, zwei hier. Und damit hören die Leute ja zu, weil das ist ja Aufmerksamkeitsfokus. Hier mal ein Beispiel, wenn ich sage, ich habe aber eine ganze Audiencegruppe, dann kann ich natürlich so anfangen. Hier eine moderne Bank von heute, optimierte, automatisierte Prozesse. Dann spreche ich den Städteplaner an. So, der zweite Satz, das befreut unsere Mitarbeiter von anstrengenden und unbeliebten Standardaufgaben. Hier spreche ich den Siedler an. So, und dann haben wir natürlich hier den Pionier. Das heißt, wenn der Entscheider oder die meisten Leute in der Audience so sind, dass die Städteplaner sind, fange ich die Sätze damit an. Jetzt ist die KI aber so leistungsfähig, wo ich sage, ich habe eine Idee. Nee, ich habe eine Idee. Gib mir doch mal zehn Argumente für Pioniere. Gib mir doch mal zehn Argumente für Siedler. Gib mir doch mal zehn Argumente, warum diese Idee toll ist für Städteplaner. Und jetzt kann ich der KI zum Beispiel sagen, oh, der Entscheider ist ein Pionier. Also baue doch mal Sätze, die mit Pioniere anfangen für den Pioniere und guck doch mal, nimmst du hier was von, nimmst du hier was von. Und das kann die KI schon. Ein Beispiel, was ich dann für mich gebaut habe. Das heißt, bilde mal Sätze aus diesen drei Stapeln. Der Entscheider oder die Entscheiderin ist dann ein Pionier. Und dann baut die KI solche Sätze. Die kann ich natürlich nochmal angucken und schauen, aber es ist schon richtig gut. Das heißt, ich habe das in meinen Automatisierungsworkflows direkt auch schon so umgebaut und habe gesagt, mach mal auf Knöpfchen und guck mal, da ist ein Städteplaner. Und das ist das, was schon an Vorteilen da ist. Und was man natürlich on scale noch machen kann, hier in so einer Content-Matrix, reich für Business-Optimierung, wo man dann sagt, naja, man hat eine Social-Media-Strategie. Da kann ich natürlich auch schon der KI dann sagen, naja, also Montags entwickle Content, du bist ein Mensch mit der Menschlichkeit. Oder Dienstags entwickelte Contents vom Können, was ist Führung, etwas Lernen. Das heißt, füttere die KI mit Texten, die solle in diesem Kontext bestimmte Dinge sagen. Und das funktioniert hervorragend. Das heißt, ich habe hier, für mich, habe ich hier alle von diesen Dingen automatisiert. Das würde ich dann nochmal in einem anderen Video zeigen. Und bis hin zu Stages of Awareness. Was bedeutet das? Ein Anfänger braucht andere Begriffe als ein Profi. Das heißt, wenn man natürlich vom Vertrieb gucken oder vom Lernen, wissen wir mittlerweile, da hat die KI, kannst du auch erklären, dass man für einen Fünfjährigen, dass du einfache Wörter nutzt. Und im Marketing ist es halt so, dass du sagst, naja, also Pain-Aware, Solution-Aware, Product-Aware. Das heißt, die Leute sind erstmal vielleicht, habe ich das Problem? Gibt es dafür eine Lösung? Ja, es gibt ein Produkt. Oh ja, also komm, was ist dein Preis? Wenn jemand in diesem Stadion ist, der will nicht mehr hören, ach, wie schön ist das. Das heißt, ich kann natürlich mit der KI sofort in diesem Kontext, kann ich Sätze schreiben, Artikel schreiben, Aufsätze und auch schon die passende Zielgruppe. Und das ist schon mal ganz, ganz interessant. Früher habe ich das dann so gemacht, habe einfach mir so ein generalistisches Framework gebaut und habe einfach gesagt, ja, was hat denn jeder in welchem Stage, welches Problem? Ja, was sind denn für Fragen? Und die kann ich natürlich auch mit der KI beantworten. Und hier die ganzen Fragen, wo ich sage, naja, wenn du unbewusst bist, ja, kommt, ist die Frage, haben wir das Problem? Habe ich das Problem? Wer weiß, ob wir das Problem haben? Hat schon jemand was darüber erzählt? Habe ich schon mal was darüber gehört oder gelesen? Das ist ja nicht hier in dem unbewussten Bereich. Und was sind denn die Fragen für die Transition? Und das hier, die ganze Kontexterstellung, kann die KI für uns automatisieren, beziehungsweise auch auf Zielgruppen. Das werden wir mal gerade gucken. So, was jetzt gerade kommt auch, das ist ja ein ganz, ganz interessanter Punkt. Wir haben ja natürlich JetGPT, OpenAI, jetzt kommt ja Google Bart. Und das sind ja Wissenssysteme, die im Netz sind. Ja, das heißt, dort ist in der Cloud. Und was wir aber jetzt schon aufbauen können, und das ist auch für Schulungen, LearnSec total interessant, wir können jetzt auch lokale KI-Systeme nehmen. Also zum Beispiel, das ist so ein Tool wie Private GPT. Dort habe ich 700 Bücher mal reingebracht. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte über Storytelling ein Schulungskonzept entwickeln und gebe der KI zehn Bücher im Storytelling mit. So, zehn Bücher im Storytelling. Und sage, entwickle daraus ein Schulsystem. Das heißt, ich gebe meine privaten KI-Daten dort in das KI-Systeme und daraus entwickle ich dann einen Trend. Und dann gibt es jetzt verschiedene Systeme, Private GPT, Auto GPT, Baby AGI, wir werden es gleich sehen, wo ich meine lokalen Daten, die können natürlich auch in der Cloud sind, damit nutzen kann. Und im SEO-Umfeld gibt es dann hier so Block-Generatoren, die sind auch sehr teuer, 249, das habe ich mir jetzt nachgebaut. Also hier für mich, dass ich dann so ein Thema habe, das werde ich euch gleich zeigen, habe ich es nachgebaut. Oder dann auch solche Start-ups kommen immer mehr, die dann auch den SEO-Zugriff haben. So, das war so ein bisschen, was gerade läuft. Gerade im Schulungsumfeld wird das auch kommen, dass ich sage, naja, ich habe einen KI-Generator, der baut dann automatisch Schulungskonzepte mit Video, Audio und das zeige ich euch gleich. Audio-Pen-Workflows, das hatten wir letzte Woche. Und das heißt, ich habe hier eine Idee, die spreche ich in meinem Handy und dort in dieser Idee hintergebe ich einen Tag. Also zum Beispiel, mach da mal eine PowerPoint draus, aus meiner Idee. Oder in eine E-Mail oder in YouTube. Und das hatten wir letzte Woche, dann läuft das hier so rein in eine Airtable-Datenbank und dann werden hier Automatisierungen automatisch ausgeführt, bis es dann auch automatisch auf LinkedIn, Twitter ausgespielt wird. Das war das Thema letzte Woche. Wo wir gesagt haben, hier sieht dieser Flow aus. Hier sehen wir überall die KI, jetzt OpenAI. Hier sehen wir den Strang Block, automatische Blockerstellung. Hier sehen wir den Strang LinkedIn, Block, Twitter, Twitter 250, Twitter Fred, Mastodon. Das heißt, hier gebe ich einfach den Tag ein, SM. Und dann schaut, im Beitrag letzte Woche. Könnt ihr das nachgucken. Das heißt, hier gebe ich den Kanal ein und dann bekomme ich das hier raus. Ich habe zum Beispiel hier, das war das, was ich in die Audio-Pen halt reingesprochen habe. Und dann bekomme ich hier, das war die Idee. Dann kriege ich einen Twitter-Tweet. Ich kriege eine Blog-Idee. Ich kriege einen LinkedIn-Beitrag. Und ich kriege einen Printer-Fed. Automatisch gebaut. Und hier unten hatte ich dann in dem Video ein Häkchen. Und dann spiele ich das hier mit dem Häkchen automatisch auf Social Media aus. So, jetzt ist aber das Interessante, wie baue ich denn jetzt Schulungskonzepte? Da bin ich jetzt zu einem neuen Thema. Oder nicht nur das neue Thema. Das heißt, ich habe zum Beispiel hier vielleicht über die Jahre 300 PowerPoints, die bei mir auf der Platte sind, die ich selber erstellt habe. Und ich sage mal hier, bitte, nehmen wir mal von an, da sind 20 PowerPoints über Strategie. Und die sind immer alle up-to-date. Und dann sage ich, baue die mal neu um. Hol mir das mal und baue mir mal einen neuen Outline. Baue mir das mal zusammen. Baue mir mal ein neues Konzept. Das ist sehr leistungsfähig. Dafür brauche ich die lokalen KI-Systeme. Oder lege es in ein Cloud-System. Das heißt, es ist nicht nur, dass ich Chat-GPT nutze, sondern auch meine lokalen Daten oder nochmal zu einer lokalen Optimierung. So, und dann 90% der Vorarbeit. Das ist das, wie es halt funktioniert. In meinem Kontext habe ich das jetzt so gebaut. Das heißt, ich gebe eine Content-Idee ein und sage, ich hätte gerne mal über das Beispiel, warum so viele agile Consultants jetzt Luhmanns-Theorie-Gebäude zur Wettbewerbsdifferenzierung nutzen. Und dann sage ich, der KI, mach mal fünf Topic-Cluster draus. Also fünf, man würde jetzt sagen, okay, du machst eine Outline mit fünf Abschnitten. Und jede von diesen Outlines unterteile ich nochmal in fünf Unterkapitel. So, und dann habe ich insgesamt natürlich 25 Blog-Posts. Und das ist, was man für SEO braucht, dass man die auch verlinkt hat und dass die vernünftig darstellt. Ich habe es jetzt in dem Sinne genutzt, um auch für mich dann zu sagen, okay, dann mache ich 25 PowerPoints und die 25 PowerPoints mit jeweils 15 Seiten. So, zack. Und schon habe ich viele Sachen. Ich könnte natürlich aber auch sagen über einen Parameter, mach doch bitte nur drei Seiten, dann hätte ich 25 mal drei. Das ist eine Möglichkeit, das habe ich jetzt voll automatisiert. Du kannst dem System aber auch mitgeben und so sagen, naja, nimm nicht die Content-Struktur, sondern ich habe hier mal eine Agenda. Das sind 30 Punkte, die sind vielleicht wichtig für mich, für das Thema. Die kann ja auch schon ChatGPT entwickelt haben und sag mal, mach mal zu jedem Punkt fünf, zehn Slides. So, wie funktioniert das denn? Ich habe diese Topic-Idee, ich gebe die nach Airtable und hier läuft eine Make-Automatisierung und die holt jetzt hier die KI und diese KI kann ich aber noch füttern. Wenn ich jetzt auf SEO-Daten mich fokussiere, erstmal für den Content, für das Content und Media, für das Mediaset, dann kann ich natürlich noch hier entsprechende SEO-APIs abfragen. Ich zeige mal gleich die Google-Knowledge-Graph-API. Und dann kriege ich dann 25 Blog-Posts und die kann ich dann am Ende nochmal, also ich sage mal so mit 90 Prozent sind die fertig und dann kann ich natürlich nochmal über die SEO-Tools gehen, also NeuronWriter, Outranking und kann nochmal gucken, wie ich das nochmal abpasse. So, interessanterweise können wir natürlich auch jetzt hier API-Systeme nutzen, das heißt, wir können hier gucken, was ist denn hot, was ist denn new und was ist denn hot? Das sind Google, kann ich abfragen über den Google-Knowledge-Graph und den Salient-Score. Was heißt das? Ich kann sagen, ja zu diesem Thema, nennen wir mal phischen, würde man jetzt aus dem Marketing sagen, naja, ich hole mir die Keywords, aber ich kann die KI fragen, was ist denn für ein Salient-Score im Phischen und dann kriege ich Wörter rum im Phischen auf einer Skala von 0 bis 1 und die natürlich hier nah an 1 sind, die sind super hot. So, das ist das Nächste, was ich jetzt einbaue in meinen Workflow, dass ich die Knowledge-Graph-API abfrage und da gibt es hier in diesem Artikel ein paar schöne Beispiele dazu und das muss ich dann in so ein Python-Skript übertragen. So, ja, das heißt aber, ich kann natürlich auch hier direkt schon sagen, schreibt mir doch mal einen Artikel für einen Pioniertypen, der aber von unserem Produkt noch nie was gehört hat. Könnte aber jetzt in unserem Bereich von Learnings jetzt sagen, schreibt mir doch mal jemanden für einen Buchhalter, der ganz am Anfang was zur KI haben möchte. Und dann kann ich das als Eingabeinformationen an dieses System geben und OpenAI macht nachher den Content-Set dazu. Oder ich bringe meine eigene KI dann halt rein, wo ich dann sage, bitte mal nimm das halt. So, wie sieht das aus? Hier habe ich ein Hauptthema, was ich eingegeben habe und jetzt habe ich eine Automatisierung gewählt. Hier mache ich ein Knöpfchen und hier, Du Pillar Pages, macht er jetzt fünf Hauptpillars. Die kann ich mir natürlich noch angucken und kann sagen, ah ja, das gefällt mir aber nicht. Und dann gehe ich hier hin und sage, mache nochmal fünf Unterpillars. Und dann habe ich jetzt hier am Ende, nach diesem Schritt, habe ich dann 25 Block-Ideen und klicke hier drauf und dann werden die ausformuliert. Wie sieht das denn aus von der Automatisierung her? Das ist ein Airtable. Ich kann in Airtable eine Automatisierung bauen und gehe auf Automatisierung und dann sage ich, wenn a record matches condition, also hier, if Du Pillar Pages is checked, also angekläut, dann läuft ein Skript. Und das Skript startet Make. Das heißt, es startet eine Automatisierung in Make über einen Webhook. Den habe ich jetzt hier ausgegraut, damit ihr nicht meine Automatisierung starten könnt. Und bei den Block-Posts ist es so, dass ich hier diese Automatisierung gemacht habe. Das heißt, ich habe das in verschiedenen Schritten gebaut. Ich habe gesagt, okay, hier eins bis fünf. Das war nochmal ein bisschen zum Spielen, zum Optimieren. Das heißt, eins bis fünf. Ich lasse mir direkt immer fünf Block-Posts hintereinander entwickeln, damit ich jetzt nicht 25 Automatisierungen brauche. Das geht recht gut, weil es wenig Schritte sind. Wenn der Workflow aber 20 Schritte hat, hier sieht man, über zehn hat der schon, dann ist es schon mal schwierig. Dann dauert der vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und wenn dann mittendrin OpenAI sagt, es sind zu viele Requests, dann habe ich ein Problem. Also versuche ich, wenn es irgendwie geht, viele Dinge parallel laufen zu lassen. So, wie sieht das bei so einem Block-Post denn jetzt aus? Das heißt, der Befehl kommt rein und dann startet so eine Automatisierung, wo ich dann erstmal sage, okay, da kommt jetzt vielleicht eine Block-Post-Idee 1 an. Ich gucke mir trotzdem mal an, mache mir mal ein paar Keywords. Was passt denn zu diesem Thema Keywords? Und dann baue ich hier eine Automatisierung. Gucken wir uns das mal an. So, hier wäre der erste Befehl. Du bist SEO-Spezialist, entwickle für unsere Block-Meta 20 Keywords. Ja, und hier habe ich, du bist Werbetexter, wir wollen einen Content-Kalender, der zu unserer Idee, verschiedene Subtopics, das ist ja der Punkt, ähnlich einem Content-Pillar entwickelt. Nutze die Keywords, die ich hier vorne rausgetan habe, entwickle fünf Subtopics zu unserer Idee. Hier ist ganz interessanterweise, mit Subtopics Nummer 1 bis 5, beendere jeden Topic. So, das heißt, ich lasse die KI dann so aufbauen, dass ich dann sage, fünf Topics, ja, und dann sage ich dann immer eins Doppelpunkt. So, zwei Doppelpunkt, drei Doppelpunkt. Und dann kann ich in einem nachfolgenden Schritt für die Techniker unter uns in Requex ausführen, dass ich hier den Text hier habe. Ja, den Text hier habe. Den Text hier habe. Deshalb lasse ich schon sein, bitte gib mir den Doppelpunkt hinter jeden Optimierung. Das ist jetzt der Ansatz, hier zu gehen. Und dann läuft diese Automatisierung ab, wenn ich das möchte. Und dann gehen diese Cluster los. Das heißt, ich baue jetzt, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt die fünf Hauptideen. Und jetzt lasse ich zu jedem Hauptidee, lasse ich mir nochmal die fünf Unterideen bauen. Und das sind die Subpillars. Das heißt, hier hole ich mir die 1, 2, 3, 4, 5 Unterideen. Und dann kriege ich nachher die Clusters. Das heißt, hier an irgendeiner Stelle habe ich meine 25 Ideen und dann starte ich eine Automatisierung. Und dann gebe ich mit, du bist SEO-Spezialist, Copywriter, das übergeordnete Thema. Es gibt 25 Content-Pages. Du schreibst den Blogpost detailliert zu dem Thema. Schreibe am Ende des Blogposts 10 Fragen und Antworten. Überlege, wie du die Verlinkungen bauen kannst. Das ist schon interessant. Und das Ganze läuft dann 25 Mal. Und am Ende gibt es eine Ausgabe in ein Google-Dokument. Das ist dann wieder eine Automatisierung. Das heißt, ich klicke auf, mache wieder so ein Kreuzchen, holt sich die Daten und dann kriege ich hier ein Google-Dokument, was ich vorher angelegt habe. Und das wird alles dann eingetragen. Und so habe ich jetzt 25 Content-Blöcke. Hier mal als Beispiel. Hier habe ich die Pillar-Pages, die oberste Ebene. Also hier sieht man ganz gut. Pillar-Pages 1, Subtopic 1, Grundlagen der Systemtheorie und der Bedeutung. Diagnose von organisationalen Herausforderungen durch Systemtheorie. Also wenn ihr das mal in Ruhe anguckt, das ist schon richtig gut. Gut, also die KI hat dann zum Beispiel in Pillar-Page 3 gemacht, Grundlagen der Systemtheorie und Elevanz für agile Transformationen. Und Identifikation von Kundenbedürfnisse und Marktanforderungen. Also ist schon richtig gut gemacht. Also muss ich schon sagen. Das sind die Pillar-Pages. Und wenn ich dann hier auf diesen Bereich klicke, und hier sieht man dann die einzelnen Ideen, die ich dann hatte. Dann kriege ich dann die anderen Pillar-Pages. Und dann klicke ich, dann habe ich dann hier die Blocks. Wie sieht das dann aus? Hier sieht man dann, das ist jetzt hier die Idee. Und dann sieht man hier, das ist hier der Blog-Post 1, das ist der Blog-Post 2. Hier sieht ihr, ich habe das so organisiert. Pillar-Page 1, erster Unterartikel, zweiter Unterartikel, dritter Unterartikel. Und dann habe ich meine 25 Blog-Posts, kann die dann nochmal unterstützen, dass ich die nach Airtable schicke oder in die SEO-Optimierung. Das habe ich auch nochmal gebaut für so einen Storytelling-Baukasten und Innovationskasten. Das heißt, ich gebe auch eine Idee rein und dann kriege ich diese ganzen Innovation-Frameworks, Konverdenzes-Denken, Produktvorführung. Also hier kriege ich zu einer Idee über 325 Seiten. Aber ich lasse mir sofort die ganzen Frames bauen, ich lasse mir dieses Multimedia-Set bauen, auf Knopfdruck. Und das ist schon dann spannend, weil man das unheimlich viel Arbeit wegnimmt. So, jetzt kommen wir aber zu den Learn-Sets. Jetzt wird es spannend. Wie kriege ich automatische Learn-Sets erstellt? Hier, habe ich noch einen Fehler. So, das bedeutet, wir haben ja hier im ersten Teil jetzt gesehen, dass wir hier 25 Blöcke haben, 25 Blog-Posts. Und ich möchte jetzt aus jedem Blog-Post ein Learn-Set entwickeln. Das bedeutet, ich habe 25 Mal einen Workflow. Das bedeutet hier, ich habe jetzt eine PowerPoint und den Workflow, den ich euch gleich zeige, werde ich PowerPoint erstellen, Anki und ein Audiobook oder Podcast. So, das kommt später. Und das ist ja recht einfach. So, wie sieht der Workflow aus? Ich hole einen Webhook und dann habe ich hier so eine Route und hier oben, hier erstelle ich die 15 Slides und die Anki. Also, hier habe ich das Problem, wenn ich habe, bei GPT 4, 4, habe ich, Moment, 8K. Da ich aber die Eingabe habe, die ein großer Blog-Post ist und ich möchte die Ausgabe auch in einem 25 oder 15 Seiten PowerPoint-Slide, ist das zu viel. Hier komme ich an die 8K-Grenzen. Was ich aber jetzt gemacht habe, ich habe gesagt, GPT 3.5 hat, Turbo hat 16K. Hier schaffe ich das. Hier mache ich mir die Outline, die PowerPoint, verfeinere die hier und mache daraus Anki-Karten, Lernkarten, Frage-Antwort-Karten. Im unteren Kontext, und jetzt wird es halt spannend, im unteren Kontext baue ich mir eine Text-to-Audio. Das heißt, hier lasse ich mir den Text dann auch vorsagen. Das heißt, ich könnte jetzt zu diesem Blog-Post, zu dem Lerninhalt, was ich hier baue, einen Podcast haben. Das heißt, der jemand ist unterwegs, hört sich den Kontext per Audio an oder Podcast. Und hier nutze ich Elevenlabs und diese Elevenlabs hat auch die Möglichkeit, meine eigene Stimme zu klonen. Das werde ich dann auch in Zukunft machen. Und lade das dann hoch und hier an dieser Stelle kann ich ins Podcast legen. Das heißt, ich baue jetzt da einen Podcast, meinetwegen Schulung, irgendwas X oder Y und dort wird das automatisch in einem Podcast-System entlegt. Und wenn ich dann vielleicht Schüler hätte, die würden dann hier automatisch auch freigegeben. Das ist dann ein Private-Podcast. Und was ich jetzt gebaut habe, ist dieser Workflow. Gucken wir uns den mal im Detail an. Hier habe ich unheimlich lange rum gebaut, gestern, um das hier so, diesen 16K einzubringen. Und da war es halt, ich muss meinen Text erst in JSON-Strings haben. Und wenn ich hier einen langen Text habe, der muss dann in einen JSON-String. Also zum Beispiel, ich sage ja hier, Modell und so weiter. Und habe den Befehl, habe ich hier drin in dem JSON-String und habe den Content drin. Also der Content hier bei 84 ist dann der Blogpost. Und hier habe ich den Befehl, mach mal aus diesem Blogpost das und das. Und da habe ich hier lange gebraucht, bis ich das hier rausbekommen habe und das auch funktioniert hat, die JSON-Screens zu machen. Das heißt, ich steuere erstmal hier großen Eingang, großen Ausgang und nutze aber GPT-35 Turbo. Wenn ich das dann habe, kann ich jetzt hier die 15 Slides aus dem Blogpost entwickeln. Du bist PowerPoint-Spezialist und Lernspezialist, entwickle, erweitere jedes Slide aus diesem Text um mindestens 5 Bullet Points. Das heißt, hier kriege ich eine Liste schon, die ist aber noch nicht schön und gut und erweitere diese Liste. Und das ist das, was jetzt hier der GPT-4 baut. Und das funktioniert ganz gut. Und im nächsten Schritt lasse ich mir dann die Anki-Karten bauen. So, du bist PowerPoint und mache aus diesem Text 20 Fragen in einem Format. Hier kann ich natürlich immer wieder, das hatte ich hier oben auch, Zielgruppe und Stil eingeben. Das habe ich jetzt in meinem Prompt nicht, weil ich erstmal probieren wollte, wie das überhaupt funktioniert. Kann ich aber später bauen. Du bist PowerPoint-Spezialist und Lernspezialist, baust dir die Anki-Karten. Und hier habe ich auch lange rum experimentiert, habe dann 11labs eingegeben. Hier, das ist eine Stimme, die ich mir ausgesucht habe. Das heißt, nachher hätte ich eine andere Stimme, wenn es meine Stimme wäre. Hier muss ich meinen eigenen Api-Key eingeben und dann übernehme ich den Text hier. Das heißt, was ich hier sagen will, kommt hier rein. Und das ist ja ziemlich cool gemacht mit 11, Multilingual. Das heißt, die 11labs erkennt, oh, das ist ein deutscher Text, also gebe ich Deutsch aus. Das ist cool. Muss jetzt nicht nur Deutsch, Französisch oder sowas eingeben. Je nachdem, wie der Text hier ist, was 11labs verarbeiten kann, legt es das Ganze um. Und dann habe ich meinen MP3-File, habe den Text auch hier, den JSON-Screen-Text umgesetzt und habe danach eine Ausgabe. Und hier habe ich das jetzt auf Dropbox hochgeladen in dem Schnitt hier und dann kriege ich diesen Text, der hat jetzt 5 Minuten, also um so einen KI-Text, so einen Blogpost. Wir haben jetzt einen Blogpost jetzt auf 11labs umgesetzt. So, der letzte Schritt ist dann, den habe ich aber jetzt noch nicht integriert, wäre dann Update an Episode oder jetzt Upload. Wo ich dann sage, okay, nimm doch jetzt mal diesen Text hier und leg den hoch. Das Ziel ist am Ende natürlich eine Website zu haben. Das machen wir in einem späteren Video über Software-Webseite. Und dann habe ich diese ganzen Learning-Blocks. Also ich habe hier den Text drin, ich habe hier ein Video drin, ich habe hier das Audio-File drin, ich habe hier den Link zu dem Miro-Board, dass das automatisch erstellt wird. Und das ist nicht schwer. Was ich mir natürlich immer schwer tue, ist das Design, wie es aussehen soll. Und dann habe ich hier meine ganzen Links eingebaut. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, dass es hier in so einem R-Table-Record ist. Das heißt, ein Rekord ist wie in Excel eine Zeile. Und der Rekord hat eine ID und diese ID kann ich dann nutzen, um nachher alle Elemente hier reinzupacken und das auf eine Webseite zu bringen. Der nächste Schritt ist jetzt, das Ganze noch schön zu machen. Das heißt, eine schöne PowerPoint zu erstellen. Wie geht das? Hier übertrage ich das nach R-Table und dann sind die Daten in R-Table drin. Und dann möchte ich wieder auf ein Knöpfchen drücken und dann sagt zu jedem Content, erstelle ich euch eine PowerPoint. Und das ist dann so wieder so ein Flow. Ich setze ein Google-Slide als Ergebnis. Hier habe ich so ein bisschen rumgespielt, damit ich den Text, den Titel schön anpassen kann. Damit es so ein bisschen schön aussieht. Und dann habe ich so ein Workflow, wo ich eine Google-Slide automatisch baue. Und diese Google-Slide muss ich einmal aufbauen. Das heißt, ich habe hier verschiedene Grund-Slides. Habe aber zu jedem Feld, was ich bauen will, eine doppelschweifige Klammer. Wir werden es dann gleich sehen. Das heißt, diese doppelschweifige Klammer ist zum Beispiel hier Title oder hier YouTube Important. Das holt jetzt heraus, zum Beispiel Intorten SW, Essence SW. Das sind die doppelschweifigen Klammer. Und Airtable-Daten kann ich jetzt hier reintun und kann dann natürlich hier am Ende wieder den Link reintun. Wie sieht das denn aus? Das habe ich mal on scale gemacht für über 100 PowerPoint-Slides. Das heißt, ich habe mir mal gesagt, das sind dann 100 Strategiefragen und habe zu jeder 100 von diesen Strategiefragen mir eine eigene automatisch PowerPoint machen lassen. Und hier seht ihr unterschiedliche Bilder und hier über 100 Slides drin und gibt mir dann immer wieder mal zurück. Und jetzt kommt das Interessante bei Google-Slides. Ich kann hier, wenn ich die Adresse habe, Export PPTX angebe, kann ich die Google-Slide sofort als PowerPoint runterladen. Das heißt, der transformiert die automatisch als PowerPoint. Und das ist genial. Oder als HTML oder als Textseite. So, und hier habe ich dann so ein Häkschen gesetzt, mache eine neue Slide. Hier sieht man dann mal so ein Ergebnis. Davon habe ich über 100 Stück gemacht. Das ist das zu dieser Frage. Hier sieht ihr das Hintergrundbild. Das zieht sich dann durch. Das heißt, ich habe dann so ein Template gebaut. Und das zu einer Strategiefrage. Hier ist immer der Anfang. Aber dann sind dann dies ausgefüllt. Und wenn wir uns dann mal so ein Template angucken, dann sieht man das hier. Hier übertrage ich das Hintergrundbild. Hier habe ich den Titel. Hier habe ich dann eine Antwort. Warum macht es nicht Sinn, diese Frage zu antworten? Und hier habe ich diese Variablen drin. Und die werden dann automatisch heiß geführt. Und so kriege ich dann die PowerPoints in diesem Template. Ich muss einmal das Design festlegen. Das heißt, auch gerade, wenn ich so ein Corporate Design habe, wie baue ich dann jetzt immer so eine Struktur. Und das ist dann recht interessant. Hier habe ich die Bilder eingebaut. Was jetzt noch fehlt für das Learn Set, sind die Miro Boards. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die 25 PowerPoints habe, möchte ich sofort ja auch Übungen erstellen lassen. Das heißt, ich möchte zu jeder von diesen Formas ein Miro Board haben. Da haben wir schon eine Automatisierung gebaut. Was mir jetzt noch fehlt, ist das Design. Wie das Template entwickelt wird. Die Podcast-Implementierung haben wir gerade gesehen. Und eine automatische Videoerstellung. Dass ich erzähle über ein bestimmtes Thema. Oder ich nutze ein Avatar. Und die Avatare sind schon richtig gut für Synthesia. Mit Synthesia. Und die Webseite zu erstellen. Das sind jetzt die Dinge, die ich noch bauen werde. Die in der nächsten Blogpost passieren. So, jetzt zusammenfassend. Gehen wir nochmal kurz zurück. Hier wieder der Punkt. Ich komme vom Audio Pen, entwickle mir 25 Ideen. Hier kann ich aber auch eine Outline reingeben und kann dann sagen, naja, ich hätte gerne aber 20 Punkte und mache zu jedem von diesen Punkten drei Slides. Das geht natürlich auch. Weil das wäre eine Variable, die ich ganz einfach definieren kann. Hier in diesem, Ja, in dem ersten. Ja, das ist jetzt hier im Befehl versteckt. So, gehe dann in den Google Doc oder auch nicht. Muss ich nicht. Kann aber auch sofort hier in diese Learning Set-Erstellung gehen. Und wenn ich das natürlich hier habe oder hier, dann ist die Media Set-Erstellung ja schon super einfach. Wenn ich die Workflows mal gebaut habe. Ja, das Ganze war jetzt ein kleines Video von 45 Minuten für ein Workflow-Overview, um auch eine Vorstellung zu entwickeln, was alles möglich ist. Und wenn ihr Ideen habt und Anmerkungen, freue mich auf Feedback und Kritik. Und diskutiert mit mir. Und euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.